Sein Name ist Kian Mikael. Hier sieht man den Kleinen vielleicht so ein bisschen. Ein Kind im Mondschein zur Welt bringen. Allein, unterm Apfelbaum. Das will ich in Rumänien erleben. Angenommen, das Kind wäre gestorben oder es hätte eine Behinderung, wie hätte man sich das verzeihen können? Ich möchte dazu noch sagen, die meisten Hausgeburten sind ohne Komplikationen. Die Komplikationen kommen oft im Krankenhaus. Alleingeburt heißt der Trend. Ohne Arzt, ohne Hebamme. Dann habe ich mich hier herangelehnt und so gemacht. Das hilft wirklich. Könntet ihr euch das vorstellen? Ich finde, das ist so ein bisschen wie alle jetzt auf den Mount Everest laufen. Das ist Jenny. In drei Wochen wird sie in Rumänien ihr zweites Kind bekommen. Aber nicht im Krankenhaus, sondern ohne Hebamme. Ganz allein. Wenn da was schief geht, gibt es keine medizinische Hilfe. Und ich werde Jenny begleiten. Und ich freue mich total darauf. Frag mich aber gleichzeitig auch, wieso macht man das? Wieso will man ganz alleine sein Kind kriegen? Das ist ja eigentlich unverantwortlich. Trotzdem scheint es gerade zu einem richtig großen Trend zu werden. Hashtag Alleingeburt. Jenny stellt sich das so vor. Ihren Sohn will sie im Mondschein unter einem Apfelbaum im Wald bekommen. Klingt strange, aber wenn ich mich hier bei Instagram so umschaue, dann gibt es von diesen Frauen, die ihre Kinder riskant ohne medizinische Versorgung zur Welt bringen, ziemlich viele. Sie hat ihr Baby in Thailand im Meer bekommen. Die beiden hier im Wald und Jenny eben unterm Apfelbaum. Zwei Tage vor meinem Abflug. Hey Nora, ich schicke dir ein Video und wollte sagen, dass unser Sohn geboren ist, leider früher. Das heißt, ja, ihr konntet leider nicht dabei sein. Sein Name ist Kian Mikael. Hier sieht man den Kleinen vielleicht so ein bisschen. Wenn ihr wollt, könnt ihr trotzdem vorbeikommen und wir sprechen über das Thema Alleingeburt und angstfreige Bären. Natürlich komme ich. Dass eine 29-Jährige, eine Frau in meinem Alter, allein im Wald ein Kind bekommen hat. Dass sie das medizinische Risiko eingegangen ist, kann ich mir immer noch nicht richtig vorstellen. Was für eine Verantwortung. Ich komme ja nicht mal mit meinem Koffer klar. Tada! Gut zwei Flugstunden später sind wir in Rumänien. Wir müssen nach Balsar. Von Bukarest aus sind das noch sechs Stunden Autofahrt. David ist unser Fahrer und Jennys Nachbar. Sie sind Aussteiger, Hippies, die mitten in der Pampa wohnen. Na dann, willkommen im transsilvanischen Wald. Hast du Schiss, Nurek? Vielleicht ein bisschen vor den Viechern. Vampire? Zum Beispiel. Okay, let's go. Ich hätte hier eher Schiss vor einer Geburt. In Deutschland gab es 2017 etwa 5000 Hausgeburten. Jede sechste wurde abgebrochen. Es ging ins Krankenhaus. Warum bekommt jemand hier ein Kind? Ich glaube, wir sind da. Alles. Was ist das? Shit. Das ist das Shithaus. Das ist das Shithaus. Okay. Es ist sehr praktisch. Das ist gut, dass wir wissen, dass wir unsere Shit nehmen. Ja, das ist okay. Sauber oder so. Was ist das für ein Foto? 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 Der Foto? Die zwei Menschen? Yes. Das sind die zwei vorherigen. Vor drei Jahren ist David, 28, mit seiner Freundin Iris aus Holland hierher gezogen. Jenny wohnt da drüben. Sie zeigen mir den Weg, ich soll ihnen folgen. Hallo. Das ist Matthias, Jennys Freund. I'm Nora, you're Matthias. Nice to meet you. Hi. It's a knockdown. Hi. Ich bin Nora. Hi. Hi. Wie geht's euch? Oh Gott. Uns geht's gut. Euch geht's gut? Ist alles gut gegangen? Ja, alles voll sicher. Ja, ich bin eigentlich morgens wach geworden am 10. Ich habe erst jetzt dreieinhalb Tage alt. Und ich bin so gegen vier wach geworden, hatte ein paar Wehen. Drei Tage später scheint Jenny topfit zu sein. Wie lange hat das gedauert? Bei ihm von morgens bis abends waren das schon so 21 Stunden. Oha. Aber die Wehen waren halt wirklich nicht gleich regelmäßig. Und also zum Endlichen ging es ziemlich schnell. Und bei Emilia war es insgesamt nur acht Stunden. Okay. Und ja. Und dann ist man das Haus. Dann seid ihr in das Haus gegangen? Das baut ihr gerade selber, oder wie? Ja, mein Freund und unser Nachbar. Ja. Und ja, wenn das fertig ist, dann können wir doch endlich rein. So lange wohnen sie in einem Zelt. Ich erinnere mich an unser erstes Telefonat. Und da hast du gesagt, ja, am schönsten wäre es halt nachts im Mondschein. Das war dann auch so jetzt. Also Vollmond wäre eigentlich ganz schön, aber das haben wir nicht geschafft. Aus der Geburt unterm Apfelbaum wurde nix, weil zu risky und zu kalt. Hier ist es also passiert. Ja, genau. Hier haben wir die Wanne hingestellt. Und ja, noch ein bisschen Wasser aufgewärmt. Da hinten lag so eine Art Yogamatte. Ja, da habe ich mich hier rangelehnt und so gemacht. Und das hilft wirklich. Also so im Stehen, also dass man halt sich gar nicht wie im Krankenhaus so hinlegt. Das ist ja auch nicht gut. Sondern wirklich? Ja, also entweder halt so. Oder zwischendurch war ich auch auf meinen Knien und habe mich irgendwo angelehnt. Oder auf Matthias Schoß gelehnt und mit dem Becken gekreist. Das ist für mich zumindest die beste Gebärposition. Komplikationen gab es keine, sagt sie. Kian, sei gesund. Und Matthias hat ihn dann im Wasser aufgefangen. Wow, ich habe auch selber halt noch kein Kind bekommen. Ich finde es total krass. Gab es einen Moment, wo du vielleicht dachtest, oh shit, jetzt hätte ich vielleicht gerne doch einen Arzt dabei gehabt oder eine Hebamme? Dadurch, dass Emilas Geburt so schnell war, das war ja auch eine Alleingeburt, die war wirklich nur acht Stunden. Dadurch hatte ich mir gedacht, vielleicht liegt er doch nicht in der richtigen Position. Also ich meine, ich konnte ihn zwar immer tasten, aber ich war mir manchmal nicht sicher. Und da habe ich kurz gedacht, ja, warum sind wir so weit weg vom Schuss? Warum hast du dich für eine, oder jetzt die zweite Alleingeburt entschieden? Also erstmal wollte ich, ich wollte nicht, dass irgendjemand anders mein Baby nach der Geburt anfasst. Ich wollte wirklich die Erste sein, die es in den Arm nimmt. Und ich wollte nicht, dass irgendjemand kommt und es zum Wiegen wegnimmt. Oder die Nabelschnur wird im Krankenhaus oft ziemlich schnell durchgeschnitten. Und hier war es schön dunkel und ruhig und kein Stress. Jenny wollte sich die Natürlichkeit einer Geburt bewahren. Ist ja auch ein intimer Moment und es gibt schönere Orte als Krankenhäuser. Das verstehe ich. Eine Geburt ist das Natürlichste der Welt. Jeder Mensch wurde geboren und wir sollten da nicht so ein Drama draus machen. Okay, das ist mir jetzt aber wirklich zu einseitig. Aber bei manchen Frauen kommt es ja zu einem Drama. Also es kann ja wirklich was schief gehen, da kann sich die Nabelschnur um den Hals wickeln. Das ist aber auch gar kein Problem. Okay. Weil das Baby atmet ja noch nicht. Das Baby wird ja über die Plazenta versorgt. Milla, geh mal zu Papa, ja? Es kann ja auch zu anderen Komplikationen kommen. Ja. Und da habe ich halt auch die Risiken abgewegt und gedacht, ja, okay, was wäre, wenn ich wirklich merke, ja, dieser Fall tritt ein, dann würde man natürlich ins Krankenhaus gehen. Also das ist klar. Es kann ja immer sein, dass danach noch was ist, so, die Kinder werden ja dann auch gleich gewogen und durchgecheckt, habt ihr das schon gemacht oder macht ihr das noch? Wie ist das? Ja, gewogen und gemessen und so haben wir gemacht, aber durchchecken lassen. Also ich finde es unnötig, ins Krankenhaus zu fahren, wo die ganzen Viren und Erreger und so was sind und kranke Menschen und dann mit dem Client geht, da hinzugehen und sagen, oh, können Sie ja mal gucken, ob alles okay ist. Zivilisation ist nichts für die beiden. Viel Geld brauchen sie auch nicht. Sie leben von Erspartem. Jenny kommt ursprünglich aus Niedersachsen. Matthias ist Finne. Gerade stampft der Lehm für den Hausbau. Du musst auch die Dinti in der Film machen. Natürlich. Und mein Hörsch. Du hast ein Hörsch? Ja. Wo ist es? Es ist da da. Es ist ein Hörsch, es ist ein Mühle. Cool. Matthias, ich habe eine Frage. Du hast das hier alles auf deinem eigenen. Ja. Und es war nichts da vorhin? Nein, wenn wir hier kamen, war es da. Es war da, wie es da war, wie es da war, und dann war es da. Wir haben alles begleitet, und jetzt ist es begleitet. Und jetzt haben wir ein Hörscher und alles. Das nächste Krankenhaus ist 50 Fahrminuten weit weg. Die junge Familie hat sich gegen einen Ort mit hoher medizinischer Sicherheit entschieden. Angenommen, das Kind wäre gestorben oder es hätte eine Behinderung, wie hätte man sich das verzeihen können? Ja, das ist ein Thema, das ist auch wichtig. Aber ich möchte dazu noch sagen, also die meisten Hausgeburten sind ohne Komplikationen. Das stimmt, aber was, wenn doch was passiert? Kannst du euch dir helfen? Nö? Komm her. Bevor ich nach Rumänien losgezogen bin, habe ich mich in Bremen mit der Vorsitzenden des Hebammenverbandes, Heike Schüffling, getroffen. Auch sie beobachtet den Trend Alleingeburt und ist überhaupt nicht begeistert. Ich finde, es ist so ein bisschen so, wie alle jetzt auf den Mount Everest laufen, egal ob sie fit sind oder nicht, oder ausreichend trainiert. Das ist vielleicht so das letzte Abenteuer, was man jetzt noch so selber gestalten kann. Und ich glaube, ein bisschen Selbstüberschätzung kann da schon auch dabei sein. Neben Hebammen warnen auch Ärzte. Der Chef für Geburtsmedizin an der Berliner Charité sagt, Eltern stellen ihr Recht auf Selbstbestimmung des Geburtsorts über das Interesse des ungeborenen Kindes. Was für Risiken gibt es da? Also grundsätzlich ist erstmal eine Geburt ja ein natürlicher Prozess und in der Regel ist sie nicht gefährlich. Aber es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo man das Gefühl hat oder wo man einfach eingreifen muss und die dann eben auch nicht mehr natürlich verlaufen. Und die Frage ist, ob das in der Situation immer erkannt wird von der Frau oder von dem Paar. Was kann dem Kind passieren? Naja, im schlimmsten Falle kann halt so ein Sauerstoffmangel passieren. Das heißt, dass das Kind einen Schaden davon trägt. In der Regel ist es eine geistige Behinderung. Wenn es dann schlimmer ist, ist es eine geistige und eine körperliche Behinderung. Dann gibt es natürlich sowas wie Geburtsverletzungen. Also es kann ja auch mal irgendwie am Damm irgendwas reißen oder so. Und natürlich ganz zum Schluss ist es schon so, dass es auch ein Blutungsrisiko gibt. Also das dann betrifft in der Regel die Nachgeburtsphase. Also wenn das Kind geboren ist, aber die Plazenta noch nicht da ist. Zurück in der rumänischen Valachai. Gemeinsames Abendessen. Dann sitzt ihr öfter so zusammen und macht was. Das ist ja eigentlich ganz cool. Oder? Wie ist das? Ja, ab und an. Ja, also eher spontan. Also wir treffen uns einmal die Woche und essen oder so. Wir machen das einfach spontan. Zum Beispiel jetzt den ersten Abend nach Kieren hat Iris auch für uns gekocht. Das war ganz toll, weil man hatte ja dann auch nicht so Lust zu kochen mit einem Neugeborenen. Der nächste Morgen. Ich kann schon verstehen, warum man sein Kind hier und nicht im Krankenhaus bekommen will. Hier? Ja, ist ganz geil. Eine Alleingeburt ist nicht überall erlaubt. In Österreich zum Beispiel muss man eine Hebamme hinzuziehen. In Deutschland geht es auch ohne. Wenn dann aber etwas passiert, was eine Hebamme hätte verhindern können, kann man sich strafbar machen. Körperverletzung oder sogar fahrlässige Tötung. Jenny wollte auch erst mit Hebamme gebären, bei ihrer ersten Geburt. Aber du hast eine gefunden? Ja, wir hatten das erste Gespräch und da hat sie mir dann eröffnet, dass sie halt keine Hausgeburten mehr macht. Weil auch aufgrund der Haftpflicht, dass sie es sich nicht mehr leisten kann. Was ist das für ein Problem mit der Haftpflicht? Kannst du das kurz erklären? Ja, es ist zu teuer für die Hebamme in Deutschland und sie müssen so viel zahlen, dass sich halt der Job gar nicht mehr lohnt. Bei einer Hausgeburt trägt die Hebamme die volle Verantwortung. Deswegen die Haftpflichtversicherung. Auch Iris und David, die beiden Holländer, werden bald zum zweiten Mal Eltern. Iris ist im sechsten Monat schwanger und will eine Hausgeburt, also mit Hebamme. Dafür gehen sie zurück nach Holland. Hausgeburten sind da normaler. Jedes dritte Kind kommt dort so auf die Welt. Matthias und Jenny sind da wesentlich Risikobereiter. Im Notfall haben sie unten im Dorf einen Hausarzt, sagen sie. Der Nabel ist abgefallen. Oh ja. Das ging schnell. Ihr habt einen Hausarzt. Gehst du mit ihm dann auch mal hin unter Kleinen? Ja, sollte was sein, wo wir uns denn Sorgen machen, dann definitiv. Wir haben jetzt die ersten Tage, habe ich auch gedacht, macht der überhaupt Pipi? Weil bei Jungs kann es öfter mal vorkommen, dass die Vorhaut irgendwie noch geschlossen ist, komplett. Aber ja, wir haben schon gesehen, da kam ein großer Strahl raus. Also da haben wir uns ganz kurz Sorgen gemacht, aber ist auch alles gut. Matthias und Jenny kamen als freiwillige Helfer nach Rumänien und sind geblieben. Genau wie Simon aus Italien und David und Iris. Sie alle sind hier zu einer Familie geworden und leben ihr Leben genau so, wie sie es wollen. Unabhängig und selbstbestimmt. Und eben ganz anders. Ja, ich wollte, dass ihr seht, dass man das auch so machen kann, dass man eine Alleingeburt auch in der freien Natur haben kann und dass man keine Angst vor Komplikationen haben muss. Und das ist halt, dass Frauen mehr Vertrauen in ihren eigenen Körper haben. Für Jenny war das Risiko einer Alleingeburt akzeptabel. Sie hat sich für die romantische Ideologie entschieden und die Risiken bewusst in Kauf genommen. Würden Matthias und Jenny wohl auch so denken, wenn Kian nicht gesund zur Welt gekommen wäre? Ich mag es mir kaum vorstellen und bin sau froh, dass es ihnen gut geht. Die Vorstellung finde ich ja auch romantisch, aber das Risiko würde ich niemals eingehen. Vor allem nicht, wenn Mediziner warnen. Alleine in Rumänien im Wald ein Kind bekommen, bei Jenny ist das gut gegangen. Aber wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr euch das zutrauen, so eine Alleingeburt? Würdet ihr das Risiko eingehen? Schreibt uns gerne in die Kommentare und abonniert uns auch gerne, da würden wir uns total freuen. Und wenn ihr mögt, schaut euch hier das Video von MyLab an. Die erklärt da, wie man Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaften entlarvt.